Ihr drückt drauf, Alter, du musst auch mal Mut haben, Rekordbutton muss gedrückt werden, sonst wird das nichts mit der Aufnahme, weißt du doch. Hallo zusammen. Ja, ein wunderschöner, hier sind wieder die aussätzlichen Zauberer. Ja, heute mit dem Jörg und dem Nikolas. Und wir haben, gut, dass wir Namensschilder haben, dass wir da immer schön drauf gucken können, aber wir haben was versprochen schon ein bisschen her, nämlich, muss man, muss man, auch wenn es spät kommt, aber wir wollen es mal zumindest mal, ja, mal drüber gehen und dann können wir uns nochmal überlegen, vielleicht das eine oder andere ein bisschen tiefer zu diskutieren und zwar haben wir angekündigt, mal dieses CT-Wissen, da gibt es ein schönes Heft, die 1.2019 zur Datenschutz-Grundverordnung mit dem Untertitel, was 2019 wirklich wichtig ist und ja, das ist so ein, ja, DIN A4 kann man jetzt sagen, das ist irgendwie so ein komisches Zwischenformat. Fast eine Schallplattenhülle. Ja, so ein bisschen größer wie eine Single, wenn das noch jemand kennt, ja, das ist eine Single. Das ist ein alleinstehender Mensch. Genau, ein alleinstehender Mensch in quadratischer Form, eine Single als Schallplatte. Das ist größer als eine CD, weil vorne drauf klippt eine DVD, ist egal, erklär mir dann auch noch. Also von der Größe her ist eine CD und eine DVD eher gleich. Ja. Ja, passt schon. Und da ist eine kleine, wie gesagt, eine DVD mit viel Infomaterial noch zusätzlich mit dabei. Das ganze Heft gibt es für knapp 20 Euro, gibt es auch elektronisch für ein bisschen weniger, ich glaube 17 Euro oder so. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und zwar vom Grundsätzlichen her ist das so ein bisschen gedacht als, ja, gute Zusammenfassung der wichtigsten Sachen, die so ein normaler Mensch so über die Datenschutzgrundverordnung wissen muss. Also jetzt nicht gerichtet an irgendwelche Rechtsanwälte oder Leute, die in größeren Unternehmen unterwegs sind, sondern eher so an Leute gerichtet, die mal wissen wollen, was muss ich jetzt eigentlich machen, wenn ich eine Webseite betreibe, was muss ich denn eigentlich machen, wenn ich Fotos mache, was muss ich denn eigentlich tun, wenn ich so einen kleinen Verein betreue und da vielleicht die Vereinsverwaltung mit, ja, mit personenbezogenen Daten befülle. Ja, jo. Okay, und bevor wir loslegen, klugscheiße ich erstmal, 12 Zentimeter ist der Durchmesser von einer CD. Von einer CD, aber wir sind ja bei einer... Eine DVD hat auch 12 Zentimeter. Ja, ja, aber wir sind ja hier bei der Single, ich habe kein Maßband dabei. Eine Single, die hatte 7 Inch? Ja, ja. Nee, das war die LP? LP hat 33 Zentimeter, das weiß ich ganz genau, weil da habe ich mein Regal dafür entsprechend gebaut und ich habe kein Maßband dabei. Achso, wie groß das Ding hier ist. Wir könnten mit dem iPhone messen, aber machen wir jetzt nicht. Ja, also, um euch nicht zu nerven, der Inhalt, wieso ziehst du jetzt deine Hose aus? Nee, ich suche einen Linear. Ja, mach weiter. Ich mach weiter, ja. Also, der Inhalt, der gliedert sich in folgende Abschnitte. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung Basics, die DSGVO Basics. Da geht es darum, was hat sich geändert, was soll man wissen, woher kommt das eigentlich, was ist Datenschutzrecht und worauf soll man da im Alltag achten? Dann gibt es die DSGVO für Bürger im zweiten Abschnitt, sozusagen als Bürger, welche Rechte habe ich, Auskunft vergessen werden und was sind die Folgen daraus? Dann gibt es einen Abschnitt Pflichten für Unternehmen, also an was muss eine Firma denken, wenn sie sich um Datenschutz kümmert. Da geht es um das Thema, ja, ich verarbeite Daten, wie schütze ich die, was muss ich den Menschen mitteilen, wie sieht das aus, wenn ich das alles nicht allein mache, sondern zusammen mit anderen Firmen, wie teuer kann das werden, wenn ich Dinge falsch mache, wer macht mich schlau und an wen kann ich mich wenden, wenn ich nicht mehr weiter weiß und was ist, wenn ich Grenzen überschreite, also Daten exportiere. Und als Spezialthema nochmal für Unternehmen Videoüberwachung, da das sehr oft genutzt wird. Ja, dann geht es weiter mit technischen oder der technische Datenschutz, IT-Sicherheit mit der Berücksichtigung der Erfordernisse, die halt der Datenschutz mit sich bringt. So, dann, ja, so die ganz allgemeine Einführung, ohne IT-Sicherheit kein Datenschutz, klar. Dann auch ein wichtiges Kapitel mal, wie gehe ich denn überhaupt mit Risiken um, also wie kann ich das überhaupt einschätzen, wie kann ich sowas bewerten, ja, wie hoch meine Risiken sind und was ich dagegen tun kann. Dann das große Thema Cloud Computing, ja, weil da sich ja schon besondere Erfordernisse ergeben. Dann alles, was so rund um Backups und Archivierung sich dreht und als Abschluss in dem Kapitel alles, was mit Meldepflichten zu tun hat, ne, weil für Datenschutzverstöße muss man ja mittlerweile dann eben auch entsprechende Meldungen machen, ja, an die Aufsichtsbehörden. So, dann der nächste Kapitel ist Datenschutz, also geht ein bisschen konkreter dann Datenschutz für Websites. Also da geht es dann wirklich darum, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich so eine Webseite betreibe. Dann ein bisschen genauer dann nochmal E-Mail-Marketing, also was jetzt natürlich nicht so für Großunternehmen, die da ja eigene Abteilungen für haben, sondern generell, was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwie da Benachrichtigungen oder so automatisiert eingerichtet habe auf Webseiten und, ja, für kleinere Unternehmen und so weiter. Und dann eben das schöne und beliebte Thema, Cookie-Hinweise. Also was muss ich denn da jetzt tatsächlich irgendwie für komische, störende, Bildschirmfüllende Fensterchen aufmachen, um darauf hinzuweisen, dass ich auch Cookies verarbeite. Das ist ja ein nerviges, ja, nerviges Thema. So, dann das nächste große Thema, was öfters auch in der Presse rumgegangen ist, nochmal ein bisschen näher beleuchtet, nämlich rechtssicher fotografieren. Also alles, was mit Fotografieren ebenso zu tun hat. Was hat die Datenschutzgrundverordnung mit Fotografieren zu tun? Wie kann ich im Prinzip rechtssicher fotografieren? Und was ist denn eigentlich, was auch viele interessieren wird, wenn ich da irgendeine Veranstaltung habe mit meinem Verein oder generell auf solche Veranstaltungen gehe? Was geht denn da eigentlich mit der Fotografie auf solchen Veranstaltungen? Und was dem beiliegt, ist eine DVD zum Heft, haben wir ja gerade schon angesprochen, 12 Zentimeter Durchmesser, Silberscheibe und da geht es darum, 150 Tage DSGVO, da sind verschiedene Video-Tutorials, also Filmchen drauf für Unternehmer und Privatleute, also sozusagen 90 Minuten Webinar steht drüber. Also da kann ich mir auch die ganzen Dinge erklären lassen, wie zum Beispiel das Thema Löschen, das Thema Melden, das Thema Bußgeld. Genau, was da noch mit drauf ist, soweit ich das jetzt noch, wir haben leider diese Hülle jetzt nicht da, sondern sehen nur das Deckblatt vorne. Ich meine, da wären auch von den Aufsichtsbehörden schon ein paar Texte mit dabei und Vorlagen. Hilfsmittel, Werkzeuge, die man nutzen kann. Vor allem die Bayerische Datenschutzaufsicht hat ja sehr früh Checklisten veröffentlicht und so. Genau, ja hier hinten steht es noch mit drauf, Kurzpapiere zur Datenschutz, der Datenschutzkonferenz, also alles, was die schon mal so an erklärendem Material da auch auf die Seiten gebracht haben, das ist da noch mal mit drauf. Ist ganz gut, kann man sich angucken, ist nochmal vertiefendes Material. Ja, ja, das ist das Heft so und das ist, um jetzt den Überblick dann nochmal abzuschließen, eben genau für diese, ich sage jetzt mal, normalos in Anführungsstrichen ganz gut gemacht. Die einzelnen Bereiche sind entsprechend aufgebaut und aufbereitet. Was viel benutzt wird, ist halt so diese Art mit FAQs zu arbeiten, also Fragen und Antworten entsprechend sich gegenüber zu stellen. Wir müssen mal gucken, ob wir nochmal das ein oder andere Thema vielleicht da rausgreifen, was nochmal interessant ist. Also zwei, die mir zumindest schon mal bewusst sind, dass wir zumindest mal drüber reden können, ist tatsächlich diese Cookie-Hinweise, finde ich, eine ganz interessante Geschichte. Haben wir ja schon ein paar Mal angegangen, ja. Genau, und das mit Fotografieren finde ich ganz interessant, aber das gibt nicht so viel her, finde ich. Ja, doch, aber da müssen wir mal gucken, wie theoretisch wir dann werden. Ja, gut, das mit den Cookies können wir dann irgendwann mal ein bisschen vertiefen. Ich denke, was vielleicht heute nochmal sinnvoll wäre, wäre tatsächlich mal über technischen Datenschutz zumindest mal anzufangen, drüber zu reden. Und wichtigstes Einstiegsding ist logischerweise, was hier auch in dem Heft gemacht wird. IT-Sicherheit und Datenschutz, was hat das miteinander zu tun? Was ist da jetzt eigentlich wichtiger wie vorher oder was hat sich da geändert? Und zwar, wenn es um Verarbeitung von Daten geht, ist man ja heute irgendwo gleich in der IT und normalerweise auch nicht lokal auf einem Computer, sondern im Netz. Deswegen ist das Thema Sicherheit ganz wichtig und das ist auch das, was seit der DSGVO durch die Veröffentlichungspflichten ständig durch die Welt geht. Heute gab es eine neue Meldung bei Facebook, dass wieder Daten offen gelegen sind. Allerdings jetzt nicht bei Facebook selber, sondern bei zwei Partnerfirmen, die über den Zugriff von Facebook ganz viele Daten gekriegt haben und die haben die einfach so irgendwo hingelegt, ohne die zu schützen. Das heißt, dafür gibt es jetzt eine Strafe von der EU, gehe ich davon aus? Ich denke, was man ganz deutlich merkt, ist, dass der technische Datenschutz, der ja eigentlich klar, der war schon immer irgendwo wichtig, aber der hat mit der Datenschutzgrundverordnung auf jeden Fall einen höheren Stellenwert erhalten. Also es ist schon wesentlich deutlicher in der Datenschutzgrundverordnung, ich sage jetzt mal auf die Art und Weise, wie Prozesse zu implementieren sind, wie man da drauf gucken muss, auf jeden Fall deutlicher abgehoben. Wesentlich moderner vor allem, der ist nicht mehr an theoretischen, juristischen Begriffen dran, sondern der ist sehr kompakt formuliert eigentlich. Und zwar, indem IT-Sicherheit herzustellen ist und die Ziele genannt sind, wie zum Beispiel, du musst Backups machen. Das ist auch hier erklärt in dem Heft, wie wichtig das ist. Das heißt, du musst Daten vor Verlust schützen. Das konntest du zwar in den alten auch alles irgendwo reinkonstruieren, aber das ist halt hier knackiger formuliert. Du musst dich darum kümmern, deine Daten zu schützen und die auch richtig zu sichern. Also nehmen wir mal das Thema Backups, das reicht nicht nur, die Daten vorzuhalten, wenn was schief geht, also irgendwo auslagern nochmal, sondern auch so auslagern, dass die dort auch nicht in falsche Hände geraten, sondern so Ende-zu-Ende-Sicherheit denken, vom Anfang bis zum Ende oder von der Quelle bis zum Löschen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der gerne dann, sag ich jetzt mal, nicht so im Blick ist, aber das gerade Backup und Datensicherheit, ganz klar muss auch alle Aspekte des Datenschutzes umfassen. Also wenn ich Backups mache, dann muss ich auch dafür sorgen, dass wenn Löschfristen abgelaufen sind und ich dann entsprechend, oder Einwilligungen zurückgezogen werden oder die Rechtsgrundlagen sich entziehen, ja und ich muss personenbezogene Daten löschen, dann muss ich das natürlich überall tun, auch im Backup. Und ein weiterer Aspekt ist quasi der Stand der Technik, der ist, Gesetze versucht man ja immer technologieneutral zu formulieren, das heißt, ohne dass ich eine bestimmte Technik nenne, ist da auch mit drin, aber der Stand der Technik ist wichtig, das heißt, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, das muss nicht mehr genügen und das kann dann auch ein Verstoß sein. Das heißt, Sicherheit, technische Sicherheit ist eben nicht ein einmaliger Zustand, sondern das ist auch ein Prozess, das heißt, ich erreiche die Sicherheit nicht, indem ich meine, ich mache jetzt einmal eine richtige Einstellung und dann ist gut. Nee, da musst du dann mehr dran arbeiten und das ist so ein, ich kenne es jetzt aus diesen Sicherheitsstandards, auch so ISO-Normen, da gibt es so ein PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, so ähnlich ist es hier auch gemacht, das heißt, ich muss erkennen, ob sich Technik verändert oder ob sich die Verarbeitung verändert, habe ich irgendwo was, was ich anders mache als bisher, da muss ich feststellen, okay, wie schütze ich da richtig angemessen, dann muss ich gucken, ist das riskant oder was bleibt für eine Gefahr übrig, was gibt es für ein Risiko, was kann ich dagegen tun, das muss ich aber auch irgendwo nachweisen, dass ich genügend getan habe und dann geht es eigentlich bei der nächsten Änderung oder technischen Veränderungen weiter, das heißt, ich muss das regelmäßig machen. Man merkt es auch, was viele nicht machen, ist so, ja, ich habe irgendwo mir beim Provider eine Website geklickt, habe da drin ein Shop-System zum Beispiel, verlange von den Leuten auch irgendwie Bezahlungsdaten, Kreditkartendaten oder Lastschriftverfahren irgendwas, habe die Adressen drin, die Telefonnummer, was die bestellen. Ich muss mir halt regelmäßig Gedanken darüber machen, gibt es da jetzt irgendwie ein Problem mit, ich muss quasi Patches, also Updates machen, das heißt, wenn ich jetzt sowas wie WordPress oder ein anderes Content-Management-System verwende oder ein Shop-System im Hintergrund, muss ich mir Gedanken machen, ist das noch auf dem aktuellen Stand und nicht irgendwie zehn Jahre alte Software ewig betreiben, kann zum Problem werden und wird zum Problem, deswegen wird es da auch gefordert, Leute, da müsst ihr euch darum kümmern, wenn ihr schon Daten verarbeitet, insbesondere Geld damit verdient, dann müsst ihr auch in die Sicherheit investieren, die technische. Aber ich denke, der Knackepunkt, wir gehen ja schon ein bisschen sehr tief rein jetzt, ich denke, wichtiger Knackepunkt ist zum einen, natürlich muss man sich überlegen, was da noch sinnvoll ist, ja, also ich muss mir jetzt nicht unbedingt ein Verfahren, was ich habe, alle zwei Wochen angucken, wenn ich da weiß, dass das nur alle halbe Jahr sich in irgendeiner Form an den Anforderungen orientiert ändert oder so, dann kann es auch gut sein, dass mir das vollkommen ausreichend ist, das alle zwei Jahre zu machen oder alle Jahre oder so. Das kommt immer ein bisschen darauf an, auch wie hoch die Risiken sind, was ich da genau tue. Das muss natürlich jeder irgendwie ein Stück weit selber rauskriegen, was ist da noch sinnvoll. Also wie gesagt, es verlangt jetzt keiner, weil das gerne so dahingestellt wird, ja, aber jetzt heißt das ja im Prinzip, ich muss mir andauernd Gedanken machen, ob die Verarbeitung noch, ich sage mal, zeitgemäß gesichert ist und die Maßnahmen, die ich da ergreife, noch ausreichend sind. Das verlangt natürlich auch keiner, es muss immer auch ein angemessenes Verfahren sein. Ich denke, ein wichtiger Punkt bei dem, was auch hier in dem heißen Heftchen so ein bisschen rausgearbeitet wird, ist aber definitiv Nachweisbarkeit der Sachen, die man da tut. Also ich muss schon zusehen, dass ich das sauber dokumentiert bekomme, wie bin ich zu der Risikoeinschätzung gekommen, wie bin ich zu den Maßnahmen, die ich dann ergriffen habe, gekommen, ja, warum habe ich das eine gemacht und das andere vielleicht nicht, kann ja auch Gründe haben. Und wie kann ich, wie bin ich dann letztendlich auf so eine Risikoeinschätzung vielleicht auch mit dem entsprechenden Restrisiko gekommen, dass das nachvollziehbar ist, warum ich das so gemacht habe und nicht anders. Ja, und das sollte schon in irgendeiner Form dokumentiert sein. Ja, und was dann eben, ich hatte ja vorhin mal so ein Shop-System angesprochen, was wichtig ist, die Technik entwickelt sich ja weiter. Das heißt, das auch bitte zum Anlass nehmen und eben nicht, ich habe mir vor 15 Jahren von irgendjemandem, den ich kenne, ein Shop-System eindrücken lassen und der meint, der hätte das drauf gehabt. Ich habe selber keine Ahnung von dem Thema. Muss man auch nicht. Dann eben zu überlegen, ist es nicht mal Zeit, einen moderneren Anbieter zu nehmen, sozusagen auf eine höhere Ebene zu gehen. Das heißt, ich kaufe mir dann quasi das Shop-System als komplettes ein, weil dann brauche ich nicht mehr das Know-how, wie setze ich einen Server auf zum Beispiel. Also die Sachen muss man da mit einbeziehen. Das heißt, das soll jetzt nicht abschreckend wirken, sondern grundsätzlich muss man sich mal die Gedanken machen und eventuell kann man da, wenn man jetzt was Moderneres nimmt, auch ein paar Sachen abhaken, indem ich sage, ja, die macht mir ja meinen Dienstleister, ich kaufe das ein und ich muss mich dann nicht mehr darum kümmern, dann ist der Server darunter sicher, denn ich kriege das quasi schon als Service geboten und muss es nicht mehr selber wissen und habe keine Bastellösung mehr und das sieht auch besser aus, glaube ich, als 15 Jahre nicht an seinen Shop zu gehen. Ja, wobei diese Größenordnung 15 Jahre, das ist ja, glaube ich, Ich kenne da leider welche. Ja, das mag sein, aber ich glaube hier, was hier interessant ist, ist halt gerade so der Normalo in Anführungsstrichen, also der jetzt für einen Verein eine Webseite macht, jemand, der vielleicht selber eine Webseite hat oder der Podcasts oder so veröffentlicht und sowas, dann auch irgendwie eine Webseite betreibt oder dann vielleicht irgendwie eine kleine Datenbank oder ein kleines Mini-Shop-System. Der Punkt hier ist tatsächlich zu gucken, wenn ich dann über Anbieter sowas nutze, die mir da vielleicht einen Baukasten zusammenstellen können, wo dann alles irgendwie direkt geshoppt werden kann und dann stelle ich das einfach so zusammen, die genau auf diese, ja, wie gehe ich damit um, wie kann ich Risiken einschätzen, haben die ein funktionierendes System, um ihre Technik zu betrachten und zu verbessern, machen die das dann auch? Also das kriegt man ja mit, das kann man bei denen nachlesen in der Regel und dann hat man, denke ich mal, relativ schnell ein Gefühl, wenn man da in eine FAQ-Liste reinguckt oder auch in die Leistungsbeschreibung der einzelnen Anbieter, hat der da ein Gefühl für Datenschutz-Grundverordnung oder für Datenschutz generell und für technische Sicherheit oder ist das eher ein Laden, wo man sagt, naja gut, Hauptsache das funktioniert halt irgendwie und da muss man schon ein Auge drauf haben. Also sollte man schon sich einen auswählen, wo man das Gefühl bekommen kann und auch das Gefühl hat, der scheint da doch einiges ernst zu nehmen. Praxistipp, also man kann manche daran erkennen, wenn jemand schon anbietet, einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, dann hat der das gemacht in der Regel, denn sonst würde er das nicht anbieten. Also wenn ich beim Anbieter darauf hingewiesen werde, für meinen Shop kriegst du auch einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, dann ist das ein gutes Zeichen, das zu erkennen, denn in dem Vertrag stehen ja dann auch die Rechte und Pflichten drin, da steht auch was zu dem Thema Sicherheit drin. Und auch zur IT-Sicherheit. Ich muss das alles nicht sozusagen wissen, denn die DSGVO hat da ja auch Spielraum, in dem sie sagt, du kannst dir Garantien geben lassen. Leider ist sie noch zu jung, die DSGVO, als dass es da verlässliche Gütesiegel gibt. Also im Moment kann man noch nicht so auf Gütesiegel zurückgreifen, allgemein, die das alles gewährleisten, aber es gibt schon ein paar, also so ein Thema IT-Sicherheit, ISO 27001-Familie, wenn da einer sowas nennen würde, ISO 27000, dann wäre das schon ein Stück, weil das ist so ein Thema Garantien und steht auch explizit drin mit solchen Zertifikaten, du musst das nicht dauernd machen. Oder wenn jemand hinweist, BSI-Standard, also BSI steht für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da gibt es bestimmte Dinge und da gibt es auch viele Firmen, die das heute schon anbieten und es wird immer mehr. Das ist das, was ich jetzt zu seit der DSGVO, dass die Firmen, die Dienste anbieten, sich auch testen lassen und das sozusagen ihren Kunden mitteilen. Also um da auch mal eine Brücke zu schlagen und es gibt auch schon seit Längerem, auch schon vor der DSGVO, gibt es ja wohl auch technische Prüfverfahren, Prüfsiegel, die den Datenschutz im Fokus haben. Also wenn du dir den Europreis zum Beispiel anguckst, also da gibt es schon einiges, kann man mal ein Auge drauf werfen, ein Auge offen halten auf jeden Fall. Das wird mit der Datenschutzgrundverordnung über die Zeit jetzt mit Sicherheit mehr werden, weil das eben jetzt viel interessanter wird, weil es tatsächlich im Gesetz auch so verankert ist, dass man sowas nutzen kann und ich gehe mal davon aus, dass gerade Europreis zum Beispiel ist so ein Gütesiegel, das ist eigentlich ziemlich gut vom Inhalt her. Wurde bisher relativ wenig genutzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen kann. Ja, da gibt es einiges und die kommen jetzt auch langsam auch, wenn ich denke, das was so in Schleswig-Holstein erfunden wurde, ist da auch mit drin. Aber es ist hauptsächlich im Norden von Deutschland, aber es gibt auch andere Dinge und die gibt es garantiert auch über die nationalen Grenzen hinweg, weil das ist ja europaweit, man kann da auch in anderen Ländern gucken. Wenn man jetzt ein Service in Frankreich einkauft oder in Spanien oder in Polen, gibt es da auch schon welche, die hier bestimmte Dinge, also die eben einen Vertrag anbieten, erster Punkt, und es gibt ein paar Tools auch, die die Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, wo ich zumindest ein paar Basic-Tests auch machen kann und mal selber gucken kann, wenn es jetzt eine Website ist, ist die auch gut eingestellt, ist die auch sicher. Da gibt es ein paar Prüftools, Seiten, auf die ich gehen kann, gibt die Seitenadresse ein und der schmeißt mir da eine Liste aus. Allerdings muss ich dann auch wissen, was das Ergebnis heißt, beziehungsweise, wenn ich einen Gutdienstleister habe, der macht sowas oder ich frage den, was heißt das, kannst du mir da helfen, das geht auch. Gehen die auch hier tatsächlich in dem Heft ein bisschen drauf ein, was ganz gut ist, vielleicht so viel zum Abschluss. Es wird auch, also auf der DVD ist dann auch noch mal eine entsprechende Hinweise zum, was ist denn eigentlich Stand der Technik. Also ein bisschen erklärt, was heißt denn das jetzt eigentlich im Moment. Ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Jo, haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Tschüss, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.